Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Tutorial. In diesem Tutorial zeige ich euch die ersten Schritte in Windows 10. Dieses Tutorial ist gedacht für Leute, die sich mit Windows und im Spezial mit Windows 10 noch nicht bis gar nicht auskennen. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. Das, was wir hier sehen, ist der Desktop, der Startbildschirm von Windows. Nachdem Windows 10 frisch installiert worden ist, seht ihr das so. Auf dem Desktop ist momentan noch nicht viel zu sehen, aber auf dem Desktop können nach und nach die Icons, also das, was ihr hier oben zum Beispiel seht, von Programmen, die ihr installiert, abgelegt werden. Das hat den Vorteil, dass ihr auf die Programme viel schneller zugreifen könnt. Zum Beispiel habe ich hier den Papierkorb, der ist standardmäßig schon auf dem Desktop integriert. Wenn ich da zum Beispiel mit einem Doppelklick draufklicke, dann öffnet sich sofort mein Papierkorb. Wenn ich jetzt ein Programm installieren würde, zum Beispiel den Firefox-Browser, dann wäre automatisch auf dem Desktop auch ein Icon erstellt und mit diesem Icon kann ich dann auch sofort den Firefox-Browser öffnen. Das muss man nicht machen, aber das kann man machen. Das erleichtert das Bedienen des Windows schon um einiges. Ansonsten gibt es hierzu erstmal nicht viel weiter zu sagen. Das zweite wichtige Element in Windows ist hier unten links das Windows-Symbol und somit das Startmenü. Da klicken wir einfach mit der linken Maustaste drauf und dann öffnet sich auch schon das Startmenü. Das sieht in Windows 10 jetzt so ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, wer Windows 7 kennt und Windows 8 kennt, der wird gleich sehen, dass das eine Mischung aus beidem ist. Wir können das Startmenü, das finde ich ganz schick, hier oben rechts einmal erweitern, also vergrößern. Dann haben wir einen besseren Überblick. Hier oben links sehen wir zuallererst einen Benutzernamen, den wir bei der Installation eingegeben haben. Bei mir ist das jetzt der Johnny. Wenn ich da draufklicke, dann kann ich meine Kontoeinstellungen ändern, meinen PC gerade mal sperren, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehen will oder einfach mal nicht am Platz bin oder meinen Benutzer komplett abmelden. Wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Benutzer auf dem PC habe, zum Beispiel meinen Account und dennoch den Account von meiner Frau oder meinen Kindern oder wen auch immer, dann kann ich mich abmelden und dann kann man sich mit einem anderen Account wieder anmelden. So, dann sehen wir hier oben den Oberbegriff Orte. Darunter ist im Standard der Explorer, Dokumente und Settings. Der Explorer, da klicken wir einfach mal mit der linken Maustaste drauf, ist einfach unter Windows das System, mit dem ihr durch euren ganzen PC browsen könnt, sozusagen. Wir sehen hier zum Beispiel den Schnellzugriff schon mal. Das sind alles angepinnte Ordner, die Windows von selbst aus angepinnt hat. Und darunter die OneDrive, das ist die Google Cloud. Dieser PC, lokale Datenträger, Netzwerk- und Heimnetzwerkgruppe. Der Explorer ist momentan eigentlich noch recht uninteressant. Was viel interessanter ist darunter, der Punkt Dokumente. In Dokumente, wie ihr seht, hat sich auch schon wieder der Explorer geöffnet, weil der Explorer ist halt das Standard-Element zum Browsen auf dem PC durch die einzelnen Ordner. Unter Dokumente seht ihr eure Dokumente. Das sehen wir hier oben schon, dieser PC und dann Dokumente. Und wir sehen halt hier die Bilder, eure eigenen Bilder, euren Desktop, wo momentan ja noch nichts drauf ist, eure Dokumente, eure Downloads. Wenn ihr was über einen Firefox oder über einen Internet Explorer downloadet, dann kommt das standardmäßig in diesen Ordner. Dann eure eigene Musik und eure eigenen Videos. Momentan noch alles leer, weil das ist die Standard-Installation und da ist momentan noch nichts vorhanden. Und das war es dann eigentlich auch schon mit euren eigenen Dokumenten. Darunter kommt dann der Punkt Settings. Da klicken wir einfach mal drauf, auch mit der linken Maustaste. Hier kommen die grundlegenden PC-Einstellungen. Auf die komme ich aber später nochmal zu sprechen. So, dann sehen wir darunter den Punkt Meistverwendet. Auch hier ist von Windows standardmäßig schon ein paar Sachen vorinstalliert. Wie der Name aber schon sagt, verändern sich die Programme. Das heißt, wenn ihr oft über einen Firefox-Browser ins Internet geht, dann wird der wahrscheinlich hier irgendwann ganz oben stehen. Wenn ihr oft irgendein Programm nutzt, zum Beispiel Photoshop oder sonst was, dann wird das hier auch mit auftauchen. Andere Programme, die dann nicht so oft genutzt werden, verschwinden dann langsam nach unten hinweg. Auf der rechten Seite fällt gleich auf, dass hier wieder die Kacheln sind, die aus Windows 8.1 und Windows 8 bekannt sind. Und die Kacheln, die ihr hier seht, die sind auch alle vorinstalliert von Windows. Das habe ich nicht getan. Hier ist höchstwahrscheinlich immer irgendwas mit bei, was man nicht unbedingt haben möchte oder was man nicht sehen möchte. Und das lässt sich ganz einfach entfernen, indem wir zum Beispiel, ich möchte jetzt hier das Icon Xbox nicht mehr haben oder die Kachel Xbox nicht mehr haben. Den klicke ich dort mit der rechten Maustaste drauf. Jetzt kann ich Größe ändern. Ich kann es zum Beispiel kleiner machen, mittel, so wie es jetzt gerade ist oder breit größer machen. Wollen wir aber alles nicht, wir wollen es ja löschen. Das wäre dann hier oben der Fall von Startlösen, weil das, was ihr hier rechts seht, ist der sogenannte Start. Wir können es natürlich auch gleich deinstallieren, aber das lassen wir jetzt erstmal. Also von Startlösen und zack ist das Feld frei. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dieses Wettersymbol, das ist mir eindeutig zu groß, rechte Maustaste drauf, Größe ändern und jetzt kann ich das auf Mittel setzen, sehen wir schon jetzt kleiner geworden, oder auf ganz klein, aber dann wird es schon echt mickrig. Wir können es aber natürlich, auch wenn es uns jetzt zu klein war, auf groß setzen. Dann haben wir so ein Riesensymbol. Wir lassen das jetzt einfach mal auf bereit, so wie es war. So, was gibt es noch zu sagen? Ich kann Programme, die ich hier sehe, zum Beispiel Skype, könnte ich jetzt in meine Taskleiste, die wir hier unten sehen, einfügen, damit ich nicht immer über den Start auf Skype zugreifen muss. Also, rechte Maustaste an Taskleiste anheften und zack, sehen wir hier unten, Skype ist vorhanden. Das heißt, wenn wir Windows starten, müssen wir nicht erstmal auf den Startbutton gehen, sondern können direkt dieses Icon verwenden. Wenn wir dieses Icon wieder löschen wollen, gehen wir da mit der Maustaste drüber, rechte Maustaste und dann dieses Programm von der Taskleiste lösen. Dann entfernen wir auch mal den Internet Explorer, damit ich euch zeigen kann, wie wir den zum Beispiel, weil der im Start hier nicht vorhanden ist, zum Start hinzufügen können und vom Start zur Taskleiste hinzufügen können. Wie wir sehen, ist in der linken Leiste kein Internet Explorer vorhanden und auch nicht im sogenannten Start. Wie wir den nun finden, ist ganz einfach. Hier unten sehen wir alle Apps. Dort klicken wir einmal drauf und jetzt sehen wir alle unsere installierten Apps in einer alphabetischen Reihenfolge sortiert. Und unter I, wie Internet Explorer, sehen wir auch schon den Internet Explorer. Dort klicken wir einfach mit der rechten Maustaste drauf und jetzt haben wir mehrere Optionen. Die oberste Option ist an Start anheften. Wie der Name schon sagt, heftet das den Internet Explorer an den Start an. Wir sehen auch schon, hier unten ist er nun angeheftet. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit an Taskleiste anheften. Das können wir auch wieder tun. Jetzt ist er wieder hier unten vorhanden. Das dritte ist dann deinstallieren. Wenn wir den Internet Explorer nicht mehr haben wollen, dann deinstallieren wir den. Wir können ihn als Administrator ausführen. Das ist für gewisse Programme manchmal ganz wichtig oder ganz sinnvoll, dass man sie als Administrator ausführt. Und wir können den Dateifad öffnen. Dann öffnet sich wieder der Explorer und leitet uns direkt zum Installationsfad vom Internet Explorer. So, jetzt haben wir den Internet Explorer im Start angeheftet. Jetzt ist er hier unten aber ganz alleine und nicht ganz schick. Wir können ihn einfach anklicken mit der linken Maustaste, gedrückt halten und dann einfach nach oben ziehen. Zum Beispiel in das freigewordene Feld. Und jetzt haben wir den Internet Explorer hier mit drin. Wie wir den nun öffnen? Einfach einmal mit der linken Maustaste draufgeklickt. Und schon öffnet sich der Internet Explorer. Momentan noch als Startseite Microsoft. Aber das werden wir auch noch ändern. So, dann gibt es noch einen letzten Punkt im Startmenü. Und zwar ist das hier oben der Energieoption Button. Da können wir draufklicken. Und dann können wir den PC herunterfahren oder neu starten. Wenn wir zum Beispiel Programme installiert haben. So, dann haben wir den Start erklärt. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Desktop. Auf dem Desktop gibt es die Option rechte Maustaste. Wenn wir hier mit der rechten Maustaste auf den Desktop klicken, öffnet sich ein Dialog. Wir können die Ansicht ändern. Wir können einmal große Symbole, mittelgroße Symbole, kleine Symbole. Mittelgroße Symbole, Standard. Wir können mal auf große Symbole gehen. Wir sehen schon, der Papierkorb wird um einiges größer. Das ist ganz wichtig, wenn man nicht mehr ganz so gute Augen hat. Oder einfach einen kleinen Bildschirm hat. Wir gehen aber wieder zurück auf mittelgroße Symbole. Dann gibt es die Option, Symbole automatisch anordnen. Symbole am Raster ausrichten und Desktop-Symbole anzeigen. Wenn wir Desktop-Symbole anzeigen wählen, dann sehen wir sie. Wenn wir das abwählen, sind gar keine mehr vorhanden. Egal wie viele wir auf dem Desktop speichern würden. Das wählen wir wieder an. Von Vorteil ist auch, wenn wir die Option Symbole am Raster ausrichten, aktiviert lassen. Denn dann werden die Icons akkurat in Reihunglied auf dem Desktop geordnet. Wenn wir das nicht wählen, dann können wir sie positionieren, wo wir wollen. Und dann können sie sich auch ganz gerne mal überlappen. Dann können wir sie noch sortieren nach Name, Größe, Element, Typ, Änderungsdatum. Das ist relativ selbsterklärend. Wir können den Desktop aktualisieren. Das macht er aber eigentlich von ganz alleine. Dann hätten wir die Option, dass wir was einfügen können. Wenn wir zum Beispiel eine Datei kopiert hätten im Explorer, dann könnten wir hier sie nun einfügen. Wir könnten eine Verknüpfung einfügen. Wir können neue Sachen erstellen, zum Beispiel einen neuen Ordner. Wenn wir zum Beispiel unsere Urlaubsfotos auf dem PC speichern wollen, dann können wir dies natürlich in unserem eigenen Bilderordner tun. Wir können es aber auch auf dem Desktop tun, indem wir einfach einen Ordner erstellen. Den Ordner nennen wir jetzt zum Beispiel Bilder. Und dann hätte ich hier meinen Ordner Bilder und dort könnte ich Bilder abspeichern. Dann gibt es noch die Option Verknüpfung. Damit könnte ich jetzt zum Beispiel eine Verknüpfung zu meinem Webmail-Konto im Internet legen oder eine Verknüpfung zu irgendeinem Programm auf dem PC setzen. Ich könnte eigentlich alles verknüpfen. Dann könnte ich ein Bild erstellen. Ein leeres Bild, was mit Paint geöffnet werden würde. Ich kann einen Kontakt erstellen. Ein Journaldokument, RTF-Dokument, ein Textdokument. Wenn ich zum Beispiel irgendwelche Sachen mir kurz notieren will. Und einen SIP-komprimierten Ordner. Die wichtigsten zwei Punkte würde ich sagen, ist die Bildschirmauflösung und Anpassen. Unter Bildschirmauflösung, wenn wir da mit der linken Taste raufklicken, dann können wir die Bildschirmauflösung wählen. Ich kann sie zum Beispiel hochschrauben. Dann drücke ich übernehmen. Jetzt könnte ich Änderungen beibehalten oder wiederherstellen. Das fragt er aus diesem Grund, weil es vorkommen kann, dass man gar kein Bild mehr sieht. Dann ist das schwarz. Und wenn das schwarz ist, dann wartet er 15 Sekunden und dann stellt er sich selber wieder zurück. So dass man da wirklich keine Probleme mit haben kann. Haben wird. Dann könnte ich jetzt noch, wie gesagt, die Grafik noch ein bisschen höher stellen. Aber auch das wollen wir nicht. So, dann war es das hier eigentlich auch schon. Dann gibt es die Option Anpassen. Die ist auch ganz schön. Hier können wir unser Design vom Desktop anpassen. Wir haben jetzt Windows, Windows Technical Preview und Blumen zum Beispiel. Und ganz alte, also alte nicht, aber ressourcensparende Versionen würde ich sagen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier Kontrast, schwarz-weiß gehen, dann dauert es einen kleinen Moment. Und jetzt sehen wir schon, hat er hier wirklich nur noch alles auf schwarz-weiß getrimmt. Keine Bilder mehr und sehr ressourcensparend. Wir können es jetzt zum Beispiel auch mal auf Blumen setzen. Dann dauert es auch wieder einen kleinen Moment. Jetzt sehen wir auch schon, hat sich die Taskleiste auf rot gefärbt. Hier oben die Leiste auf rot und wir haben jetzt einen Blumenhintergrund. So, wir können aber auch eine Diashow erstellen. Da klicken wir einfach mit der linken Maustaste drauf. Jetzt haben wir hier die Bilder ausgewählt und können einfach Änderungen speichern wählen. Und dann haben wir eine Diashow auf dem PC, auf dem Desktop. Dann gibt es noch andere Optionen, wie zum Beispiel, dass ihr euch eigene Bilder raussucht. Wie zum Beispiel aus dem Bilderordner eure Urlaubsbilder. Dann habt ihr eine Diashow von euren Urlaubsbildern auf dem Hintergrund. Die Bildposition könnt ihr wählen, ob es gefüllt sein soll, gestreckt und so weiter. Und dann könnt ihr noch zum Beispiel einstellen, wie oft sich das drehen soll. Gut, aber das lassen wir jetzt auch mal weg. So. Dann gibt es die Farbe, die ist momentan auf automatisch gestellt. Ihr könnt ja auch selbst eine Farbe wählen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich will es grün haben. Ich will es gelb haben. Wie auch immer, ich finde grün zum Beispiel ganz schön. Dann können wir die Farbintensität wählen, wie stark das sein soll. Also wir sehen oben die Leistung, wie sich sie verändert. Wir nehmen mal ganz krass grün. Wir haben einen Farbmixer. Und da können wir dann halt nochmal ganz individuell einstellen. Zum Beispiel auf pink. Wir lassen das aber grün für den Test. Änderung speichern. Und dann bleibt das auch so. Wir können die Sounds einstellen von Windows. Was bei welchem Zustand kommen soll. Zum Beispiel, wenn der Akkustand niedrig ist und, 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 und. Da können wir auch eigene Sounds einstellen. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, einen Bildschirmschoner einzustellen. Der ist momentan nicht eingestellt. Wir können aber sagen, okay, wir wollen einen Bildschirmschoner haben. Einen 3D-Text zum Beispiel. Dann sehen wir hier auch eine Vorschau. Wir können Fotos machen. Wieder unsere Urlaubsfotos. Und so weiter und so fort. Dann können wir die Wartezeit einstellen. Wie lange es dauern soll, bis der Bildschirmschoner kommt. Und wir können einstellen, ob, wenn der Bildschirmschoner sich selber aktiviert hat. Ob, wenn man den deaktiviert, ob man dann erstmal wieder sich anmelden muss. Mit seinem Passwort zum Beispiel. Wir lassen es aber auch auf keinem. So. Dann gibt es noch die Möglichkeit. Ich hatte euch vorhin gezeigt, wie ihr die Icons auf dem Desktop vergrößern könnt. Falls man halt nicht so gut schauen kann. Es gibt es hier auch noch die Möglichkeit. Unter Anpassen, der Unterpunkt Anzeige. Gibt es hier die Möglichkeit. Die Größen aller Elemente zu ändern. Ich kann sie hier also groß machen. Das lassen wir aber auch. Dann kann ich nur die Texte ändern. Zum Beispiel von den Titelleisten kann ich sagen, die Titelleisten, die sollen wir da alle 20 haben in der Schriftgröße. Wenn ich jetzt übernehmen will, dann dauert es einen kleinen Moment. Und dann sehen wir auch schon, hier oben, die Anzeige ist ziemlich groß geschrieben. Die setze ich wieder runter auf 9. Und das kann ich mit den Menüs machen, mit den Meldungsfenstern, mit den Palettentiteln, Symbolen und den Quick-Infos. Ich kann sie mir quasi alle individuell vergrößern. So, dann war es das auch mit dem Desktop. Dann gibt es die Option Settings. Die hatte ich euch vorhin schon einmal gezeigt. Dort können wir diverse Einstellungen zu unserem Windows-PC vornehmen. Wir können zum Beispiel unter System die Anzeige, die Benachrichtigung, Energie und so weiter ändern. Hier sehen wir nochmal alles über den Desktop. Benachrichtigungen und Infos. Sehen wir, ob wir das aktiviert haben wollen oder nicht. Das ist das, was wir hier sehen. Und so weiter. Dann können wir die Suche einstellen. Die Sprache, welche Sprache wir verwenden wollen. Die ist momentan auf Englisch voreingestellt. Und so weiter. Hier oben links kommen wir zurück zum System. Hier haben wir einmal unsere Geräte. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Drucker anschließen würden. Oder Kopfhörer anschließen würden. Oder einen Scanner und so weiter. Sehen wir die Geräte hier mit drin. Dann haben wir unser Netzwerk und Internet. Das ist eigentlich nach der Installation von Windows schon voreingestellt. Und sollte auch funktionieren. Wir können aber auch hier unter Netzwerk und Internet unser Netzwerk nochmal einstellen. Zum Beispiel WLAN. Show Available Connections. Sehen wir hier unsere Verbindung, die wir momentan auswählen können. Wenn wir WLAN nutzen, dann würden hier die einzelnen WLAN-Netzwerke angezeigt werden. Dann haben wir den Flugmodus. Mobilfunk, VPN und so weiter. Die Elemente hier, die können variieren. Das kommt darauf an, ob ihr Windows 10 auf dem Laptop benutzt, auf dem Notebook oder auf dem normalen Desktop-PC. Je nach Variante verändern sich die Punkte hier auch. Dann haben wir die Personalisierung. Das habe ich euch eben schon gezeigt. Da sind wir über den Desktop drauf zugegriffen. Dann haben wir unsere Konten. Das ist auch sehr schön. So können wir zum Beispiel neues Konto hinzufügen. Mein Konto ist momentan ja der Johnny. Ich kann mir jetzt zum Beispiel mein Bild ändern. Ich kann mein eigenes Profilbild hinzufügen. Dann habe ich die Möglichkeit, die Anmeldeoptionen zu ändern. Ich kann sagen, ich möchte eine PIN haben. Ich möchte ein Kennwort haben. Oder ich möchte ein Bildcode haben. Dann haben wir hier ihr Arbeitsbereich. Dann haben wir die Synchronisierungseinstellungen. Und dann am wichtigsten weitere Benutzerkonten. Hier kann ich jetzt zum Beispiel für meine Frau, Kinder, Familie ein neues Benutzerkonto hinzufügen. Indem ich einfach klicke auf andere Konten verwalten und dann Konto hinzufügen. Jetzt müsste ich ein E-Mail-Konto eingeben. Muss ich aber nicht. Ich kann einfach auch ohne Microsoft-Konto anmelden. Klicken. Dann wähle ich aus, ist das ein Microsoft-Konto, ein lokales Konto. Natürlich ein lokales Konto. Jetzt gebe ich den Benutzernamen ein, zum Beispiel Tanja. Das Kennwort ist dann zum Beispiel Test. Das erneut ist wieder Test. Der Kennwort-Hinweis, könnte ich dann einen Hinweis zu meinem Kennwort geben. Jetzt schreibe ich, das Kennwort ist Test. Und dann klicken wir auf Weiter. Ist dies das Konto eines Kindes? Aktenieren Sie Family Safety, um Berichte über die PC-Nutzung zu erhalten. Das ist ganz schön. Wenn Sie für Ihre Kinder ein Konto erstellen, dann würden Sie über diesen Punkt detaillierte Berichte kriegen, was Ihr Kind so über Ihren Account so macht. Da Tanja jetzt aber kein Kind ist, lassen wir das mal und drücken einfach Fertigstellen. So, jetzt haben wir ein zweites Benutzerkonto hinzugefügt. Dieses Benutzerkonto können wir auch ganz einfach wieder entfernen oder aber auch bearbeiten. Dann gibt es Zeit und Sprache. Hier können wir unsere Systemzeit einstellen. Aber das lässt sich auch hier unten rechts tun, indem wir da einfach einmal draufklicken. Mit der linken Maustaste und dann auf Datum und Uhrzeiteinstellung ändern wählen. Dann gibt es die erleichterte Bedienung. Da können wir zum Beispiel auswählen, ob wir den PC per Sprachbefehle steuern wollen. Ob der PC uns gewisse Dinge vorlesen soll. Wir können eine Bildschirmlupe einstellen, sodass wir den Bereich vergrößert sehen können. Und die Kontraste können wir einstellen. Dann gibt es den Datenschutz. Über den Datenschutz können wir gewisse Sachen aktivieren und deaktivieren. Zum Beispiel, wenn wir nicht wollen, dass unsere Webcam die ganze Zeit läuft, dann können wir sie deaktivieren. Wir können unser Mikrofon deaktivieren und so weiter. Und dann gibt es als letzten Punkt Update und Wiederherstellung. Über Update und Wiederherstellung können wir ein Windows-Update machen. Momentan steht sogar ein Update für mich bereit. Das könnte ich jetzt installieren, mache ich aber nicht. Dann könnte ich meinen PC sichern. Auf eine externe Festplatte zum Beispiel oder auf einen relativ großen USB-Stick. Und ich könnte diese Sicherung, die ich mir auf die externe Festplatte ziehe oder auf dem USB-Stick auch wiederherstellen. So, dann war es das eigentlich mit dem Menü Settings. Dann gibt es die Optionen oder die Option Split Screen. Ich zeige euch das einfach mal, denn das lässt sich jetzt besser erklären. Ich öffne jetzt zum Beispiel den Internet Explorer und surfe auf meine Lieblingsseite. So, und jetzt möchte ich auf meiner Lieblingsseite Sachen eintragen, die ich zum Beispiel in einem Ordner auf meinem PC gespeichert habe. Den Ordner kann ich jetzt öffnen. Und jetzt müsste ich immer zwischen dem Ordner und dem Explorer hin- und herswitchen. Das kann ziemlich nervig werden. Wenn ich jetzt aber hier oben einfach die Leiste einmal anklicke und gedrückt halte, in die linke Ecke ziehe, dann sehen wir schon, kommt ein Rahmen über die linke Hälfte des Desktops. Den lassen wir los. Und jetzt habe ich den Browser auf die linke Hälfte reduziert. Das gleiche kann ich jetzt mit den Bildern machen oder mit den Dokumenten. Jetzt habe ich zwei Programme geöffnet als Splitscreen. So, um das zu beenden, können wir einfach zum Beispiel den Ordner schließen und den Explorer auf maximieren oben rechts vergrößern. Nun ist es vielleicht noch ganz wichtig zu wissen, wie man Programme wie zum Beispiel den Firefox Explorer wieder deinstallieren kann. Man kann, das habe ich euch vorhin auch schon mal gezeigt, Programme deinstallieren, indem man zum Beispiel den Internet Explorer mit der rechten Maustaste anklickt und dann deinstallieren wählt. Man kann aber auch über Settings gehen. Man kann aber auch über alle Apps gehen und dann unten bei Windows auf Windows System klicken und dann öffnen sich diverse Programme über das Windows System und dann über den Punkt Systemsteuerung reingehen. Und jetzt sehen wir auch schon, hat sich die Systemsteuerung altbekannt geöffnet und ganz unten links ist dann Programme deinstallieren. Wenn wir da raufklicken, dann kommen hier die zu deinstallierenden Programme. Momentan ist hier halt noch nichts drin, weil ich habe ja auch noch nichts installiert. Wenn hier was drin wäre, dann könnten wir das anwählen und hier oben wäre dann der Deinstallieren Button. Wir haben aber auch die Möglichkeit, unter Windows und System, unter Systemsteuerung noch diverse andere Dinge zu regeln, wobei im Groben und Ganzen das schon ziemlich dasselbe ist wie unter Settings. Interessant ist vielleicht auch noch, wenn ich das Programm momentan oder das App, heißt es ja in Windows 10, geöffnet habe, aber gerade nicht verwenden will, dann kann ich es hier ja minimieren und dann verschwindet das erstmal in die Taskleiste. Wir sehen da drunter auch einen kleinen Strich, in meinem Fall ist der grün. Das heißt, dass das App noch aktiv ist. Der Internet Explorer zum Beispiel hat keinen grünen Strich. Wenn ich den jetzt aktivieren würde und dann minimieren, dann sehe ich, aha, der Internet Explorer ist aktiv, den habe ich schon mal geöffnet. Wenn ich den jetzt über das X oben rechts schließen würde, dann ist der Strich auch wieder weg. So, dann zeige ich euch noch einmal, wie ihr im Internet Explorer die Startseite ändern könnt, weil ihr vielleicht nicht unbedingt auf die Startseite von Microsoft, also MSN gehen wollt. Dann geht hier oben einfach in die Leiste und klickt dort mit der rechten Maustaste rein. Dann wählt ihr die Menüleiste aus. Hier sehen wir, hier drunter ist eine neue Leiste gekommen und dort wählen wir Extras, Internetoptionen ganz unten und jetzt ist gleich der erste Punkt. Geben Sie pro Zeile eine Adresse ein, um Startseitenregistrierkarten zu erstellen. Momentan noch die Microsoft-Seite. Wir ändern das einfach auf www.google.de und wählen hier unten einfach übernehmen. Okay. Wenn wir den jetzt schließen und neu öffnen, müsste die Einstellung aktiv sein und Google ist die Startseite. Dann zeige ich euch noch einmal unten rechts die Elemente. Die Uhr, die hatten wir vorhin schon. Da können wir halt, haben wir einen kleinen Kalender, wenn wir draufklicken und können die Uhrzeit ändern und optimieren. Wir haben hier unsere einzelnen Icons. Zum Beispiel sehe ich hier, dass ich über den Laptop drin bin und habe gerade Netzbetrieb und habe noch 52% Akku verbleibend. Dann sehe ich hier, dass ich gerade Netzwerkzugriff habe. Das heißt, ich kann aufs Internet zugreifen. Ich habe kein WLAN an. WLAN-Symbol wäre etwas anderes. Hier sehe ich meinen Sound. Den kann ich lauter und leiser regeln. Ich habe noch die Option mit dem Mixer. Dort könnte ich diverse Einstellungen zu den einzelnen Programmen noch einstellen. und ich habe mein Benachrichtigungsfenster, aber dort gibt es momentan keine Benachrichtigungen für mich. Ich denke, das war es dann auch erst mal. Wenn ihr weitere Informationen und Tipps zu Windows 10 haben wollt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare und sagt, was ich euch nochmal erklären soll. Und dann mache ich dafür auch nochmal ein Tutorial. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Abonnieren dürft ihr mich gerne auch. Und bis dahin würde ich sagen, Wiederschauen und Reingehauen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.